In PowerPoint haben Sie den engsten Kontakt mit den Office-Designs, die seit Office 2007 die konsistente Gestaltung aller Office-Dokumente quer über alle Anwendungen hinweg erleichtern sollen. Designs bestehen aus mehreren Bausteinen. In anderen Lernvideos erfahren Sie Details über Designschriften, Designfarben und Designeffekte. Dieser Film geht davon aus, dass Sie sich schon mit diesen Teilaspekten der Office-Designs vertraut gemacht haben. Los geht's! Eine PowerPoint-Vorlage liefert zunächst einmal das Layout und steckt damit die optischen Rahmenbedingungen für neue Präsentationen ab. Zusätzlich kann Ihnen eine Vorlage in Form von Musterfolien auch Inhalte an die Hand geben. Um eine neue Vorlage zu erstellen, gibt es verschiedene Varianten. Wir empfehlen die folgende. Beginnen Sie mit einer neuen, leeren Präsentation. Vorlagen gestalten Sie am besten in der Master-Ansicht. Im Register-Ansicht schalten Sie hier auf den Folien-Master um. Der erste Schritt ist die Seiteneinrichtung. Präsentationen sind üblicherweise im Querformat. Das Papierformat hängt vom Hauptverwendungszweck ab, Bildschirmpräsentation oder Druck. Werden die auf dieser Vorlage basierenden Präsentationen in erster Linie über einen Beamer gezeigt, wählen Sie in dieser Liste das passende Format aus. Viele Beamer projizieren im Breitformat. Wenn Sie sich nicht sicher sind, belassen Sie einfach die Voreinstellung 3 zu 4. Steht der Druck der Folien im Vordergrund, wählen Sie das passende Papierformat. Dieser Bereich zeigt die Folien-Layouts. Ganz oben thront der Folien-Master. Klicken Sie ihn an. Wählen Sie die gewünschten Design-Schriftarten und Design-Farben aus. Klicken Sie in den Titelplatzhalter und wählen Sie die gewünschten Formate. Bei Bedarf passen Sie Größe und Position des Platzhalters an. Analog formatieren Sie den Inhaltsplatzhalter. Aufzählungszeichen und Einrückungen legen Sie bei Bedarf auch fest. Was wäre eine Präsentation ohne Ihr Firmenlogo? Grafische Elemente, die auf allen Folien erscheinen sollen, fügen Sie ebenfalls auf dem Hauptfolien-Master ein. Im nächsten Schritt kümmern Sie sich um den Folien-Hintergrund. Zur Bordausrüstung zählen eine Reihe von Farbverläufen. Steht Ihnen der Sinn nach etwas anderem, klicken Sie auf Hintergrund formatieren. Ab jetzt geht's weiter wie beim Einfärben von Formen. Es stehen Ihnen Farben, noch mehr Verläufe und Füllungen mit Bildern, Texturen oder Mustern zur Verfügung. Abschließend kümmern Sie sich um die Titelfolie, die traditionell vom Layout der übrigen Folien abweicht. Klicken Sie dazu auf das Folien-Layout Titelfolie. Auf der Titelfolie ist das Logo meistens etwas größer und an anderer Stelle als auf den restlichen Folien der Präsentation. Klicken Sie auf Hintergrundgrafiken ausblenden, um das auf dem Folien-Master eingefügte Logo zu entfernen. Fügen Sie das Logo erneut ein. Skalieren und positionieren Sie es nach Wunsch. Das abweichende Layout für Titelfolien ist damit fertiggestellt. Achtung! Noch haben Sie es mit einer harmlosen Präsentation zu tun. Jetzt folgt der entscheidende Handgriff. Speichern Sie die Präsentation als PowerPoint-Vorlage. Als Speicherort schlägt PowerPoint automatisch das Verzeichnis der Benutzervorlagen vor. Geschafft! Was lange währt! Um eine neue Präsentation auf Basis der eben erstellten Vorlage zu erstellen, wählen Sie im Register Datei den Befehl Neu meine Vorlagen.